Das hier ist die Straße von Görz nach Tolmin und ich habe hier gerade an der Seite beim Vorbeifahren diese Löcher entdeckt, das sind Stolleneingänge. Wir gucken da jetzt mal hin. Das sind kleinere Kammern hier. Hier vorne sind die immer mit Beton befestigt, die Eingänge. Ich denke, dass das Munitionskammern waren. Das sieht man im Vorbeifahren kaum. Oh, mit Kamera ist das nicht getan. Melanie, komm rein. Ja, ich freute mich. Das hätte ich von außen jetzt überhaupt nicht erwartet hier. Das ist ein komplettes Tunnelsystem neben der Straße lang. Das ist ein komplettes Tunnel. Das ist ein komplettes Tunnel. Hier auch wieder schön zu sehen ausbetoniert. Und hier als Mülleimer missbraucht. Und da ist er schon zu Ende. Das ist ein komplettes Tunnel. 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 Das ist ein komplettes Tunnel.